Komm, ne hängen wir ab. Wir sind doch, wir sind schon, oh ey, das ist ein neuer Zombie, halt mal an! Das ist Gandhi! Naja, er hat dir gesagt, er kann jetzt... Er hat dir jetzt gesagt, er kann jetzt das Spiel machen, von dem er mal geträumt hat. Da war der Simulator. Und irgendein Entwickler hat jetzt dem Herrn Kojima, der die Metal-Gesult-Reihe aus dem Boden gestampft hat, eine Stelle angeboten, weil der sich von Konami getrennt hat. Oh! Ich glaube, es waren die Entwickler von Lords of the Fallen, Deck 13. Lords of the Fallen? War das nicht so ein Asia-Grinder? Ne, Lords of the Fallen ist, ähm, ist so eine Art, ähm, ja, Dark Souls-Klon. Ach, naja, das ist sogar hier in Deutschland gemacht. Also, lässt sich auch gut spielen, macht Spaß. Okay. Und ist auch bockschwer, teilweise. Wenn man die Mechanismen nicht raus hat. Ich glaube, beim zweiten Boss bin ich mindestens drei, vier Mal gestorben, bis ich es raus hatte. Cool. Halt meine Augen nach Wildtieren offen. Ich halte meine Augen nach Alp offen, jetzt nur nicht nach Wildtieren. Nach Wildtieren, nach Zombies und nach Spielern. Nach gut bewaffneten Spielern. Ja, die werden uns wahrscheinlich eher sehen, als wir sie. Und dementsprechend werden wir ja schon gleich tot sein. Ach. Ja, wenn es hier mal Helikopter gibt, werde ich auf einem dieser großen Silos landen und mich dann mit einer M110 hinlegen und abwarten. Wenn wir mal Helikopter fliegen sollten. Wir haben noch nicht mal ein Ural gefunden. Klar haben wir das. Ich zumindest. Ich habe es auf Video. Ja, du, aber ich nicht. Weil du nicht nur ausgelockt bist. Ich nicht. Also es ist für mich ein Gerücht. Genauso wie für dich die Schatzgoblinhöhle eine lange Zeit ein Gerücht war. Ja, es gibt neue Schatzgoblins seit heute, ne? Ja, ich weiß. Aber ich hätte schon nicht laden können. Ich auch nicht. Ich lad GTA immer noch runter. Die nächsten drei Tage auch noch. Oh, Zombie. Warte, ich hole mal meine Axt raus. Ja, mach du das mal mit dem Zombie. Oh, ich wackel so viel. Ich muss näher ran. Es klebt. Alter. Und ich habe keinen Schuss gehört. Unglaublich. Oh, da kommen noch ein paar. Der... Hallo? Das war eine Magnum, Mann. Du musst in Stücke gefetzt sein. Was ist denn los mit denen hier? Die sind aggressiv. Da kommt noch einer. Keine Muni mehr. Ich muss dir jetzt die richtige Axt rausholen. Hast du Muni für den Magnum? Nur noch für den Schutz. Scheiße. Dann lass es mal weiter. Ey, niemand überlebt einen Magnum-Schuss in die Brust. Auch kein Zombie. Doch. Bei Zombies muss es immer nur das Hirn sein. Aber das muss doch einen großen Teil rausreißen aus dem Körper, so einem Magnum. Du hast nichts aus Resident Evil gelernt. Was ist das denn? Resident Evil sind irgendwelche Zombies, die mehr Stabilität haben wie... Oh, hier ist Loot! Die mehr Stabilität haben... Au! Wo kommt der denn her, Mann? Ich dachte gerade, wer ist denn der Dritte da bei uns? Komm zu mir. Oh, lass die Knache stecken, Mann. Oh, der ist an mir. Rubber... Jetzt hab ich Akro. Eieiei. Aber ich blute nicht. Das ist cool. So, Canvas Pants mit vier Slots hier, wenn du neue Pants brauchst. Ne, meine Pants, die haben mir überhaupt keinen Schaden genommen. Also da ist alles... Ich krieg auch null Schaden an Klamotten. Oh, mein Helm hat immer Kratzer, sehe ich gerade. Also die Hoffnung ist gerade für mich wiederhergestellt. Es gibt doch Loot auf dem Server. Ja, Kleidung. Ah, hier ist nix. Hoffnung wieder zerstört. Ah, tatar. Noch ein Baum ohne Loot. Tatar, tatar. War hier hinten nicht irgendwo noch ein Kranken... Ja, da vorne. Ich hab ein paar Bandagen gebrochen. Ah, ich geh jetzt mal zu den Dünnerbuden. Geh ruhig in die Krankenhütte. Pass auf, oft die Ninja Zombies, ne? Sind plötzlich hinter dir. Die teleportieren sich. Ich hab einen Eispickel in der Hand. Äh, Eisachs... Ach, du weißt schon, was ich meine. Ja. Nix in den Dünnerbuden. Nicht mal ein Dünner. Tja, das Krankenhaus... ...hat Zustand. Das ist leerer als leer. Das Leiter-Icon ist toll jetzt. Hier ist überhaupt... ...gar... ...nix. Wahrscheinlich haben wir in einem einen Raum eben den Loot des kompletten Servers gefunden. Oh, oh, oh. Wir müssen ihn verkaufen. Ach, an wem? Was ist hier da draußen? Ja, ich bin in Großbritters Haus. Selbst im Auto ist nichts. Oh, Großbritters Haus hat ein Buch. Wie man Loot findet. Warte, ich gucke mal, was das für einen Titel hat. Äh, oh. Äh... Das ist hier Darwins, äh... ...theorie. Ach, Darwins. Darwins kam nicht gerade zu Hause. Gerade. Ja, das ist kein Gewehr. Äh, ich geh mal in Großbritters zweites Haus. Oder gehst du da schon hin? Dann geh ich hier rein. Ich geh hier rein. Äh... Oh, ich bin grad schön auf die Wand geglitscht. Aber ich bin drin. Oh, gar nix. Ist auch nix. Ich bin wieder draußen. Ja, ich eh. Wo steckst du? An der Hauptstraße. Vielleicht noch einen Moment. Irgendwie ist es grad echt verbuggt. Ich fühle mich, wie das ein Dreivierteljahr zurückversetzt. Von Bugs her. Das lief nämlich echt schon mal besser. Aber die haben... Oh, da ist was. Oh. Meine Canvaspants und ein Fleischerhaken. Aber die haben wieder neu angefangen. Das ist nur deren Geheimnis. Die sollten mal endlich mit der vierten Sichtspit-Version anfangen. Das machen die in drei Jahren. Ach toll. Aber weißt du, dass das Traurige ist? In drei Jahren werde ich wahrscheinlich immer noch spielen. Na? Haha. Es ist einfach... Ich weiß nicht, aber... Da vorne läuft doch irgendwie erst auf Straße. Ist das ein Zombie? Doch immer Spaß. Das ist ein Zombie. Das sehe ich am Gang. Sag mit, den kannst du dir doch nicht erkennen. Doch. Sonst hätte ich dich auch nicht gefragt, wenn du dir nicht gesagt hast, dass da vorne was läuft. Das ist eine kröme Körperhaltung. Wenn ich mehr Muni hätte, würde ich ihn abknallen. Kannst du nicht mehr einschlagen. Oder rechts ist noch einer? Ich habe auch keine Bandage und ich will nicht extra jetzt mein Leben riskieren. Ach komm. Meine Fern-Axt hat auch keine Munition mehr. Dein Leben, das ist doch hier gut verteidigt. Haha. Oh, er kommt schon. Danke. Komm, die hängen wir ab. Wir sind doch... Wir sind schon... Oh, ey, das ist ein neuer Zombie. Halt mal an. Das ist Gandhi! Das ist doch hier der Vater von einem der Programmierer oder so, den sie da eingescannt haben. Lass den doch mal hauen. Alter, mal an. Nein, ich lasse Gandhi nicht hauen. Den habe ich noch nie gesehen, den Kerl. Ist der Einziger. Der ist wirklich neu. Wieder. Die sind ganz schnell geworden. Die ist doch. Boah, du musst die echt in den Kopf treffen, sonst überlegen die alles. Okay, die Frau ist tot. Halt mal an mit Gandhi. Ja, Moment. Er hat aufgehört. Er kann nicht über die Brücke gehen. Er kann nicht über die Brücke gehen. Er kann nicht über die Brücke gehen. Wie toll ist denn das? Das ist auch ein Einsiedler, der kennt keine Brücken. Das ist Teufelswerk. Äh, ich treffe ihn nicht. Ah doch. Ich hatte nur ein Rubberbanding mal wieder. Oh, er ist desintegriert. Im Wasser. Er hat das Wasser berührt und er sofort... Das war mal ein Bier. Ach, scheiße. Ich will nicht nass werden. Ich trinke nix aus dem Fluss hier. Ich bin dampf schon wieder. Ich habe nur die Füße ins Wasser gemacht und bin schon wieder nass. Hm. So, hier irgendwo muss auch ein Brunnen sein in dieser schönen, schönen Stadt. Wasser hast du doch da unten am Fluss, wenn du irgendwas brauchst. Ach, ich trinke doch kein Wasser vom Fluss. Du brauchst doch Pumpe, ne? Ja, natürlich. Du weißt ja, was mit Brunnen passiert in so einer Welt. Ach, die sind immer alle gut gereinigt. Das ist das tollste Trinkwasser, was du dir vorstellen kannst. Hm. Ist immer der Swimmingpool-Werther drin, ne? Der Swimmingpool-Werther. War das nicht das Örtchen, wo wir das erste Mal... Ja, wo der Shotgun-Kerl war. Da hinten irgendwo das Brunnen, vor allen Dingen der Brunnen. Hier unten irgendwo war noch der Brunnen. Ne, hier war das Feld oder da hinten ist der Brunnen? Gut. Diese Armut in diesem Dorf hier auf diesem Server ist echt zum Kotzen. Ja, ne? Hier sind Sicherheitshelme roten an der Brust. Ach, ne du, ich bleib bei meinem tollen Hut. Ich trinke alles. Bücher, überall Bücher. Ja, Bücher. Das Schwert ist mächtiger. Ne, die Feder ist mächtiger. Wenn Henry Jones das hören würde. Oh, ich blute, ne? Hast du Bandagen für mich? Ja, ich bin beim Brunnen. Alter, was ist das für ein Mörder-Zombie? Brunnen? Wo ist der Brunnen? Ach ja, ich weiß, wo es ist. Ich will die Pumpe benutzen. Pumpe! Da. Alter, ich verblute. Ich blute aus allen Ellbögen. Das ist dein Antrieb. Warte, ich komm wieder. Scheiße, ich hab mich verlaufen. Oh nein, wo bist du? Äh, ich komm zum roten Steinhaus. Ja, da bin ich jetzt. Oh, Farben gehen schon weg, ey. Was soll das denn? Warum bin ich denn so stark? So, ich bin vor dem Steinhaus. Da bist du. Ich seh dich, ich seh dich. Hier. Hier. Wo? Hier, bei dem roten Steinhaus. Ach da, bei dem Steinhaus bist du. Okay. Ich meinte das andere, aber fast schon. Warte, bleib stehen. Ach so. Verdammt. Liegen auf dem Boden. Hättest du mir einfach bandagieren können, aber danke. Stimmt, hätt ich auch machen können. Ich wollte es dir ein bisschen... Hier, nimm. Ich bandagiere dich selbst. Herausfordernd machen. Danke. Jo, nichts zu danken. Dann mapen das rote große Haus. Moment, jetzt muss ich... Wieso heile ich nicht? Ich glaube, ich habe noch was zu essen. Dazu noch was hast du gesagt. Ja, jetzt musst du das große rote Haus kommen. Da wollte ich ja eh hin. Da wollte ich mich ja mit dir treffen. Nix, nix, nix. In dieser wunderschönen großen Bude. So, ich hab dir... Da liegt's. Dankeschön. Mach dir noch was auf. Eins reicht nicht. Ich bin schon stuffed. Ich will nicht... Oh, ich kotze nur so. Ich brauche nur was damit ich hiele. Mein Helm ist schon ganz schlimm im Arsch. Mach damage nur. Ach, ich mach mir was auf. Zack. Dann habe ich wenigstens etwas. Ich heile immer noch nicht, aber ich will es nicht riskieren. Ich hätte dir auch das Fleisch geben können. Ach, traust du dich nicht, das zu essen, ne? Nein, nicht wirklich. Ich trau dem... Ich trau dem... Ich trau dem Braten nicht. Oh, da sind so viele Killerzommys da vorne. Ja, lass das Querfeld einen über die... äh... Lauf zickzack. Wo bist du eigentlich? Ich gehe zur Lagerhalle. Lässt mich aber laufen. Wie machst du das denn so gut mit? Hier liegt auch ein Buch. Was ist denn los? Oh fuck, wo kommt... Ich habe plötzlich zwei Zombies. Ganz plötzlich. Ich schieße nicht. Ich will dich nicht treffen. Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Alter, wo kommt die Ehe her? Oh! Leer geschossen. Ich gehe aufs Silo hoch und knall die von oben ab. Ah, ich bin gleich tot. Er macht gar nichts. Komm aufs Silo, komm aufs Silo. Scheiße. Oh, wie die hauen, wie die hauen. Komm aufs Silo. Ja, die sind aber im Weg. Ich habe Aggro. Hoffentlich fall ich nicht runter, während ich auf die ziehe. Scheiße. Okay, drei Headshots. Das war auch nicht schwer, die stehen ja da unten nur. War es das? War das nicht in der Förder eben? War nur drei. Okay, dann sind alle tot. Schnell weg von der Kante, ich habe Angst. Also irgendwas läuft hier gewaltig verkehrt. Ja, dann läuft sehr viel verkehrt. Wir haben auch nur noch ein oder zwei Minuten. Dann kann man das Drama beenden. Und nicht hier oben bleiben. Ich bleib hier oben. Weißt du was, ich log hier oben jetzt auch aus. Ja. Das war's. Immer leichte Beute, aber das passt schon. Meinst du wir schaffen den Sprung hier rüber? Ne. Du, ich werde aber bestimmt sterben. So. Ich log so aus. Ja, ist ne gute Idee. Also, machts gut liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten auf Subtitles. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.